Vielen Dank, das war ein Stück von mir, das ist auch auf Six Cents drauf, das hieß mal at last und das habe ich aus gegebenem Anlass dann Lampedusa genannt. Und ich glaube, alles weitere übrig sich dazu. Dieses Stück hat ein Happy End, das heißt, in Wahrheit gibt es natürlich kein Happy End, wie Sie wissen. Trotzdem fand ich es adäquat. Das nächste Stück hat auch einen, ist auch von mir, das habe ich einem österreichischen Maler gelegentlich, den kennen Sie alle, Friedensreichhundbad Hunnelwasser. Also ich glaube, die Touristen kennen den noch mehr als Sie, vermutlich. Ich hatte 2003 die Möglichkeit, anlässlich einer Konzertreise nach St. Petersburg ein Ensemble zusammenzustellen und habe über Bilder von den Wiener fantastischen Realisten improvisieren und musizieren lassen. Und daraus ist dann meiner Version ein Tango geworden, oder so eine Art-Tango. Und weil das so eine Art-Tango war, hieß das dann nicht mehr Hundertwasser, sondern Sien-Aguas. Und das so eine Art-Tango. Und das so eine Art-Tango. Und das so eine Art-Tango. Musik 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 Applaus